Flexibilität Zuverlässigkeit Performance Die F-Serie von Grob Bauteiloptimierte Arbeitsräume, höchste Dynamik und Stabilität, das beste Konzept für die Bearbeitung mit Minimalmengenschmierung. Mit der F-Serie bietet Ihnen grob das Maschinenprogramm zur Herstellung von Fahrwerksteilen, Raumstrukturbauteilen sowie Batteriegehäusen. Arbeitsräume im Fünfachsbereich bis aktuell 1500 mm bieten Ihnen die notwendige Flexibilität, einspündig wie auch zweispündig. Höchste Dynamik bei maximaler Stabilität Unsere zuverlässigen Grob-Motorspindeln bilden zusammen mit der horizontal angeordneten Z-Achse ein pfeilschnelles Duo mit Präzision in jeder Hublage. Mit der F-Serie gehören Spänenester der Vergangenheit an. Dank Späne-Schrägen und einem Arbeitsraum komplett aus Edelstahl werden Späneansammlungen vermieden. Mit der Wahl zwischen Minimalmengenschmierung und Emulsion bieten wir für jeden die ideale Bearbeitungsstrategie. Kommen Sie auf uns zu und profitieren Sie von unserer jahrzehntelangen Erfahrung. Bereits in der Angebotsphase prüfen wir mit modernster Software die Machbarkeit Ihrer Projekte. Um Ihnen den perfekten Prozess in Hinblick auf Qualität und Taktzeit zu bieten, arbeiten unsere eigenen Werkzeug- und Prozessexperten zusammen mit den Werkzeuglieferanten am gemeinsamen Ziel, Ihrem Mehrwert. Wir sind Ihr Partner. Von der Einzelmaschine bis hin zur vollautomatisierten Turnkey-Fertigungsstraße inklusive der Einbindung von Wäschern, Dichtprüf- und Montagestationen. Gemacht, um automatisiert zu werden. Mit unseren grobeigenen Automatisierungslösungen sind wir in der Lage, Ihnen von der Verkettung über Linearportale bis hin zu flexiblen Roboterzellen alles aus einer Hand zu liefern. Mit grob sind Sie immer einen Schritt voraus. Mit unseren harte systemen wir in in der Hand zu lösen, Dichtprüf- und Montagestationen entsprechend vert Zach undVOison L chainen machen музcks. Viele sind degree door von Halt undahn Takt hobkund